Die Kurden sind mit einer Gesamtzahl von ca. 30 bis 35 Millionen Menschen die größte Volksgruppe der Welt, die keinen eigenen Staat hat. Sie bevölkern große Gebiete in verschiedenen Ländern wie der Türkei, Syrien und dem Irak, doch alle Versuche eines unabhängigen Staates sind bisher gescheiter. Diese geografische Zersplitterung hat zu einer wendungsreichen Geschichte geführt, geprägt von externer Unterdrückung, internen Kämpfen und einem ständigen Ringen um Anerkennung. Doch trotz der vielfältigen Herausforderungen haben die Kurden ihre einzigartige Identität bis heute bewahrt. Denn die Geschichte der Kurden geht bereits viele Jahrtausende zurück und es gab bereits seit der Zeit des Osmanischen Reiches Unabhängigkeitsbestrebungen. Doch warum gibt es immer noch kein Kurdistan? Warum sind die bisherigen Bestrebungen gescheitert und wie stehen die Chancen, dass sie in Zukunft einen eigenen Staat etablieren können? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die ersten Besiedlungen des Nahen Ostens durch Kurden und ihre Vorfahren fanden höchstwahrscheinlich bereits vor einigen Jahrtausenden statt. In der Geschichtsschreibung tauchen sie dann vor allem ab dem Mittelalter auf. Bis zum 17. Jahrhundert bestanden dabei einige kurdische Fürstentümer, die die Kultur und Sprache des Nahen Ostens stark prägten und die sie über verschiedene Gebiete der Region ausbreiteten. Mit dem Aufstieg der Osmanen fielen diese aber alle unter deren Hoheit. Dennoch genossen sie als eigene Volksgruppe meist größere Autonomierechte. Von da an verfestigte sich auch der Glaube an einen eigenen Staat und es kam immer wieder zu Unabhängigkeitsbestrebungen. Am nächsten kamen sie dieser Unabhängigkeit mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Denn dieser läutete das Ende des Osmanischen Reiches ein. Laut den Alliierten sollte die ehemalige Großmacht aufgelöst werden und es sollten neue Staaten in der Region entstehen. Die Briten und Franzosen versprachen den Kurden noch während des Krieges mehr Autonomie und Unabhängigkeit, wodurch bei vielen die Hoffnung auf einen eigenen Staat aufflammte. Diese Versprechen wurden auch offiziell im Vertrag von Zewre, der das Osmanische Reich auflösen sollte, festgelegt. Doch tatsächlich wurde dieser Vertrag niemals ratifiziert. Stattdessen konnten die Türken in den türkischen Unabhängigkeitskriegen große Teile Anatolians zurückerobern. Es kam so zu neuen Verhandlungen mit den Alliierten, wobei die Türkei große Teile des ursprünglichen Vertrages revidieren konnte. Das Ergebnis war der Vertrag von Lausanne, in dem nun keine Rede mehr von kurdischen Autonomie und Unabhängigkeitsrechten war. Im Gegenteil wurde die gesamte Region zwischen Türken, Briten und Franzosen aufgeteilt. Dadurch blieb natürlich kein Platz mehr für ein unabhängiges Kurdistan. Die Enttäuschung über den Vertrag von Lausanne und das daraus resultierende Gefühl des Verrats sind bis heute tief in das kollektive Gedächtnis der kurdischen Bevölkerung eingebrannt. Das Ereignis wird häufig als Wendepunkt in der kurdischen Geschichte betrachtet. Ein Moment, in dem die internationalen Mächte die kurdischen Bestrebungen nach Selbstbestimmung ignorierten. Denn die Kurden befanden sich nun verteilt über vier verschiedene Staaten. Dem französischen Syrien, dem britischen Irak, dem Iran, der damals noch Persien hieß, sowie der Türkei. In letzterer konzentrierte sich dabei mit über der Hälfte auch der Großteil der Kurden. Doch diese Aufteilung unter mehreren Staaten erschwerte nicht nur die kurdische Unabhängigkeitsbestrebung, sondern führte auch zu einer Fragmentierung der kurdischen Gesellschaft und Kultur. Die Kurden waren so mit dieser Situation höchst unzufrieden und fühlten sich von allen Seiten betrogen. So kam es immer wieder zu gewaltvollen Aufständen und der Ausrufung der Unabhängigkeit einzelner kurdischer Regionen. 1927 wurde zum Beispiel die Republik Ararat im Osten der Türkei ausgerufen. Einige Jahre zuvor bereits das Königreich Kurdistan im Irak. Doch alle Unabhängigkeitsbestrebungen konnten relativ schnell niedergeschlagen werden und keine dieser Staaten wurde international anerkannt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es dann zu einem weiteren Versuch, einen kurdischen Staat zu etablieren. Dieses Mal wurde im Nordwesten des Irans die Republik Mahabad ausgerufen, die auch von der Sowjetunion unterstützt wurde. Sie bestand für insgesamt elf Monate im Jahr 1946 und gilt vielen Kurden bis heute als Musterbeispiel für kurdische Selbstverwaltung. Als sich die Sowjetunion aber zurückzog, konnte die Republik ziemlich schnell vom Iran wieder zerschlagen werden. Die kurze Existenz der Republik Mahabad hatte aber einen weitestgehenden Einfluss auf das kurdische Nationalbewusstsein und demonstrierte die Möglichkeit kurdischer Selbstverwaltung und Autonomie. Trotz ihres Scheiterns inspirierte sie zukünftige Generationen kurdische Aktivisten und Politiker. Wir sehen in der bisherigen kurdischen Geschichte also die Bedeutung von Ausdauer und Resilienz. Die Kurden haben im Laufe der Jahrhunderte gelernt unter schwierigen Bedingungen zu gedeihen, indem sie auf ihre innere Stärke und die Unterstützung ihrer Gemeinschaft setzten. Diese Lektion der Resilienz ist aber nicht nur auf geopolitische Kämpfe anwendbar, sondern auch auf unser persönliches Streben nach Gesundheit und Wohlbefinden. Und AG1 unterstützt euch dabei, eure persönliche Gesundheit zu stärken. Denn AG1 ist euer tägliches Nährstofffundament. Es ist mehr als ein Multivitamin, denn es besteht aus mehreren Produkten in einem. AG1 macht somit viele Vitamin- und Multimineralienpräparate überflüssig. Es besteht aus insgesamt über 70 sorgfältig ausgewählten hochwertigen Inhaltsstoffen. Darunter Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien und weitere natürliche Zutaten. Und das Beste, die Zubereitung dauert weniger als 60 Sekunden. Einfach einen Messläufel AG1 mit 250 bis 350ml Wasser mixen und fertig. Ich habe es über die letzten Wochen und Monate selbst getestet und muss sagen, dass ich echt überzeugt bin. Für mich ist es der einfachste Weg, etwas Gutes für meine Gesundheit zu tun, ohne viel Zeit zu verschwenden. Im Moment gibt es dabei auch ein besonderes Angebot für meine Community. Unter diesem Link erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis dazu. Die vollständige Willkommensbox seht ihr hier. Also, wenn ihr eh vorhattet, etwas für eure Gesundheit zu tun, dann schlagt unbedingt jetzt über den Link in der Beschreibung zu. Und damit zurück zum Video und zur Frage der Kurden. Wir haben nun also über kurdische Staatsgründungen in der Türkei, im Irak und im Iran gesprochen. Was aber noch fehlt, ist Syrien und damit springen wir auch in die heutige Zeit. Denn besonders während des syrischen Bürgerkriegs spielten die Kurden eine essentielle Rolle. Als die syrische Regierung die Kontrolle über große Teile des Landes, besonders im Norden, verlor, entstand ein Machtvakuum. Dieses wurde in vielen Teilen vom islamischen Staat gefüllt, allerdings auch von den Kurden, die diesen bekämpften. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von den USA, wodurch die Kurden große Teile des Norden Syriens unter ihre Kontrolle bringen konnten. Auch hier flammte die Hoffnung auf einen eigenen Staat wieder auf. Doch es kam wieder mal alles anders. 2019 zogen die amerikanischen Truppen ab, da der IS mittlerweile fast vollständig besiegt war. Unter Türkei waren diese unabhängigen Kurdengebiete ein Dorn im Auge, da sie fürchtete, dass auch die kurdischen Gebiete in der Türkei sich diesen anschließen könnten. So marschierten türkische Truppen über die Grenze nach Nordsyrien ein und bombardierten diese Gebiete. Und besonders aufgrund des energischen Einsatzes der Türkei gegen jegliche Unabhängigkeitsbestrebungen scheint ein eigener Staat sehr unwahrscheinlich. Auch die ökonomische Komponente der kurdischen Frage darf dabei nicht ignoriert werden. Die kurdischen Gebiete sind reich an natürlichen Ressourcen, insbesondere Erdöl, was sie sehr wertvoll macht. Diese Ressourcen hätten zwar einerseits das Potenzial zur wirtschaftlichen Grundlage eines unabhängigen Kurdistans zu werden, ziehen aber gleichzeitig das Interesse regionaler und internationaler Akteure auf sich, was die politische Situation weiter kompliziert. Besonders seit der Ausrufung der PKK, einer linksextremistischen kurdischen Arbeiterpartei, greift die Türkei nämlich strikt durch. Die PKK wird dabei ebenfalls von den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft und sie verübte bereits zahlreiche blutige Terroranschläge. Und der Kampf zwischen PKK und der türkischen Regierung setzt sich bis heute fort. Ihr seht also, dass die Lage wie immer im Nahen Osten sehr vielschichtig ist und viele Länder und Parteien ihre Finger im Spiel haben. Die Kurden haben dabei häufig gezeigt, dass sie ein wichtiger politischer und militärischer Spieler im Nahen Osten sind. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Kurden oft als fähige Kämpfer und strategische Verbündete erwiesen, sowohl in ihren eigenen Kämpfen als auch als Teil größerer militärischer Allianzen. Auch die Bestrebungen der Kurden nach Selbstbestimmung und Anerkennung sind lebendiger denn je. Auf kurze Zeit ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass die Kurden einen eigenen Staat etablieren werden. So, das war's für das Video. Ich bedanke mich sehr bei AG1 für das Sponsor des heutigen Videos. Schaut dort gerne über den Link in der Beschreibung vorbei und sichert euch das Angebot. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, ciao!